Was denn? Die beiden Kleinen müssen warten. Oh ne, sie dürfen nicht mit, oder was? Hallöchen, hallo und herzliche Grüße aus der Achterbahn. Könnt ihr mal gucken? Juhu! Ja, hier sind wir. Lohnt, soll ich dich filmen oder soll ich die Strecke filmen? Nö, wenn du mich filmst. Mein Ansteller, das nur kaum. Das wär irgendwie schon ärgern, ich würde hier draus fallen, so ein bisschen, oder? Sag ich doch, das kommt dir nur so vor. Okay, wenn du das sagst. Pass dir auch nicht durch, ich hab ja so ein breites Freund. Guck mal jetzt, Aussicht, Aussicht, Aussicht! Guck mal jetzt, Aussicht, Aussicht! Voller Hals! Ah! 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 Garen! Garen! Noch mal! Neee! Ja, ich war auch dabei! Geil! Oh, meine Ohren sind jetzt... Oh, ist leider beschlagen! Mein Handy ist beschlagen von innen! Scheiße!